Ja? Ich hab eine Mütze auf! Sind Sie der Paketdienst? Ja, ich hab diese Mütze gefunden und mir dazu einen Beruf ausgedacht. Ich mag ihren Schnurrbart. Warum kratzen Sie sich? Dinosaurierallergie! Dinosaurier sind doch ausgestorben! Die Bobtails Ende der 80er Jahre! Nicht dieser Dinosaurier! Er kommt jeden Tag durch unsere Zeitmaschine und leiht sich Sachen aus. Heute Morgen hat er sich schon eine Packung Cornflakes ausgeliehen. Da kommen also die kleinen Dinosaurier her? Mutter! Wieso hast du mich angelogen? Wir haben noch ein paar Pakete, die Sie ausliefern sollen. Sie stehen an der Zeitmaschine. Jetzt haben wir überall nach deiner Mütze gesucht. Bist du ganz sicher, dass du sie hier zuletzt gesehen hast? Ja, ja. Hier habe ich mir aus Versehen eine Ente aufgesetzt und erst vier Tage später bemerkt, dass es nicht meine Mütze ist. Diese Ente hat meine Mütze perfekt imitiert. Sie muss sie vorher Monate lang studiert haben. Eins geworden sein mit der Mütze. Mimikrie! Ich hab was gefunden! Meine Mütze oder eine Ente, die so tut, als wäre sie meine Mütze. Nein, aber ihr solltet euch das trotzdem mal ansehen. Bringt mir das Telefon. Ring, Ring! Ring, Ring! Hallo? Hallo? Hier ist der Rasenmäher, den Sie wollten. Aber bitte wiedergeben. Sicher, sicher. Wusste ich es doch. Du leihst dem Kerl schon wieder Sachen aus. Aber er hat versprochen, dass er den Rasenmäher zurückgibt. Ja, ich geb den zurück bald. Das verspricht er immer. Seit wir die Zeitmaschine haben, leihst du ihm jeden Tag Sachen aus und er gibt uns nie irgendwas zurück. Du würdest dem Kerl deinen eigenen Sohn ausleihen, wenn du einen hättest. Papa, wann kann ich wieder nach Hause kommen? Hey! Wie auch immer. Das ist ein Etikettiergerät. Ich werde auf alles, was uns gehört, Namen und Telefonnummer kleben, damit wir alles zurückbekommen, was wir verleihen. Etikettieren Sie mich! Hä? Hallo? Hallo, wir haben etwas gefunden. Da ist ein Etikett mit Ihrer Telefonnummer drauf. Packen Sie alles in ein großes Paket. Wir lassen es dann abholen. Das Etikettiergerät funktioniert! Jetzt bekommen wir endlich alles wieder, was wir verleihen. Könnten Sie mir bitte ein Etikettiergerät ausleihen? Sicher, bitteschön! Dankeschön! Ich kann immer doch nicht fassen, dass wir eben das Telefon mit meiner Mütze verwechselt haben.